so schön dafür sorgen dass die restlichen maschinen okay das ist vielleicht doch nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe gerade sie können sich jetzt gehen mit ihm alleine auf das und ich halte mich da raus ich halte mich da komplett raus jetzt das war leider da oben ich dachte da will ich ja wieder verfolgen da der ist ja unzerstörbar der ja kumpel da haben wir jetzt ein kleines problem ich würde gerne dass du mir mein gott jetzt sagt mir nicht ich muss den hier unterzetteln und einmal so hallo was macht er denn der typ ist echt so panne manchmal das wird auch ein spaß wir sagen erst mal sein schatz genug haben wir wieder jetzt latscht er mir jetzt latscht er mir auf die rohrteile da was macht ihr denn auch gut man kann aber trotzdem ein sondern einfach so wollen wir mal schauen was wir haben das ist hier immer nach einer geraden stecker aufgeben wir machen erst mal das teeteil schau genau hin die anschlüssel könnten hinter der maschine versteckt sein ja was sollst du nicht abmachen ich hoffe mal das ist eine gerade verbindungsstrecke die man hier nehmen kann passt das nämlich so gut hier wenn das nötig ist kannst du die teile auch wieder heraus achas schon passt schon so und so ok ok warum auch immer du jetzt außen rumlaufen musst etwa weil unser maulosträum wieder die ganze zeit im weg ist und mich jetzt einsperrt wie der typ ist so panne der kerl das ist doch wahnsinn jetzt spät mich unser typ da schon ein mittlerweile äh jungen geht das hast du nicht mal das ruhrteil eingesetzt du bist einmal im kreis gelaufen und hast das nicht mal dahin gelegt ok 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 das ist gerade man muss alle anschlüsse in den gegenstücken verbinden ne b hier nach noch die gegen so gegen so stark der kräfte das ist der wahnsinn. Moment, wie lösen wir das jetzt am besten? Stimmt, ja, wenn ich mich... Okay, Moment, 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 bleib da stehen, bleib da stehen, dankeschön. Okay, wieso leuchtet das jetzt schon? Ich muss das hier noch schließen. So. Also ich hatte die Rohrlights, ich hatte die Lösung von Anfang an. Das hat bloß so lange gedauert, weil der Typ mir ständig in den Weg laufen ist. Meine Güte, so ist das jetzt, was ich hier aufgemacht habe. Ich will den eigentlich fast gar nicht mehr mitnehmen, weil der mir nur Probleme bereitet, der Typ. Ah, hier ist auch... Was haben wir denn nie? Ah, wieder so eine Denk-Absaug-Maschine. Ähm, was war das gerade? Was passiert hier? Ist das das... Das ist bestimmt das Teil, was ich brauche, um das Level Spreaden, ne? Dann nehmen wir uns das mal. Guck mal, ich hab den ganzen Kack gar nicht gebraucht, den ich noch mit mir rumgeschleppt habe. Komisch. Das hier ist wirklich ein seltsamer Ort. Egal, du weißt ja schon Bescheid. Sieh dich um und sei vorsichtig. Ja genau. Diesen ganzen Quatsch, den ich noch mit dabei hatte, brauchte ich gar nicht mehr. Ich hätte gerne mal die riesen Knarre aktiviert, aber vielleicht kriegen wir die später nochmal. Ich glaube, es gibt noch ein Power-Roboter-Level und da könnten wir die bestimmt wiederbekommen. So, diese Schalter aktivieren. Ich gehe davon aus, dass alle in einer Richtung sein müssen, damit das Rätsel klappt. Okay. Muss man mal schauen. Äh, ich glaube, gab es nicht einen, der gerade drei aktiviert hat gleichzeitig? Ja, genau. Das war der, der die drei aktiviert hat, aber kommen wir rüber. Und ich wusste es. Ich hatte jetzt die ganze Zeit im Kopf, dass es noch ein Level gibt, bei dem so ein riesiges Spin jetzt komplett einmal um die Karte gezogen ist und das ist das Level hier. Das ist ein sehr seltsamer Ort, wie ich schon Dr. Brain treffend gesagt habe. In diesem Level umfasst die gesamte... also es ist überall ein Spinnennetz hier. Das ist... wow. Ja, ich halte mich erstmal in sicherem Gebiet auf und sammle hier die Krebse ein. Wahrscheinlich dauert es jetzt nicht mal mehr eine Minute, bis mein Inventar wieder halb voll ist. Die Spinnen lauern schon. Die Spinnen lauern schon, ey. Die Musik... ich finde es an dem Level... äh, ich finde es an dem Spiel so gut, dass die Musik immer so abwechselt. Also es gibt jedes Mal andere Musiktracks. Ich glaube, es gäbe jetzt noch nicht eine Musik, die gleich war, oder? Das ist richtig gut, einfach nur. Ja, man sieht es schon an der Anzahl der Krebse. Das wird ja, genau. Das ist wieder ein Rätsel. Das wird mit mehreren Reihen oder Spalten gleichzeitig gemacht. Da gibt es bestimmt noch genug auf der Seite hier, die möchte ich auch noch gerne. Alle haben euch. Ja, da hören wir sie auch schon. Äh, bitte nicht aufs Spinnennetz laufen. Das ist gerade nicht so schön. Ich würde mich hier gerne umschauen. Ich würde mich hier gerne umschauen in dem Level so. Und nachher, schön gibt es die ein oder andere Sachen zu entdecken. Was ist das hier? Wir müssen hier keinen... Okay, da wird ein Feuer. War mir jetzt... Ne, da ist immer noch was. Wow, ich sag's ja. Das halbe Inventar ohne Mist. Guck dich das mal an, ey. Okay. Ich denke, diese Rätselart ist auch gar nicht so konzipiert, dass wir alles einsammeln sollen. Wie viel sind denn das jetzt? 18 Stück, ne? Wow. Jetzt werden wir wieder einmal rum. Das dauert ein bisschen, bis ich wieder einmal rumgelaufen bin, aber okay. Können wir schon mal gucken. Können wir sehen, was es für einen Schatz in der Mitte gibt? Glauben wir nicht. Naja, wird schon. Wieso, wieso, wieso wir da sitzen, ey? Ich bin nicht. Frag mich, wie viele hier sind. Bestimmt sind das wieder so... Ich finde, das ist ja so ein richtiger Gegner-Spam wie in einem Giftmüll, wo viele Mutanten gleichzeitig zu mir hingelatscht sind. Okay. Jetzt würde ich es aber wirklich gerne gleich finden. Jetzt schau dir das mal an. Bei diesem Tümpel musst du die fehlenden Teile in mehr als eine Richtung einfügen. Das tut immer so, als ob wir das noch nie gemacht hätten. Gut, mit den Krebsen haben wir das auch noch nie gemacht. Aber die Rätsel ist dieselbe. Okay, ich versuche das mal wieder so zu erschließen. Also das, das, das. Da müsste es so ein Sandurteil sein. Ja. Das ist easy. Moment, Moment, Moment. Ich hätte es schon fast wieder nicht gesehen. Hier geht es doch schon wieder auf verschiedene Beine. Die haben doch schon wieder auf alle verschiedene Beine. Das sind einer, drei. Einer, drei. Das heißt, es muss einer mit einem Bein und einem Punkt sein. Ah, da. Der sieht der das jetzt nicht? Oh, ne. Ich habe mich schon wieder vertan. Sag mal. Bin ich bescheuert, ey. Ich vertummisch jedes Mal da, wo der Anlegeplatz ist. So. Das muss dann einer mit einem sein und einem Bein. Also eine Beine mal links und rechts jeweils, ne? Nicht ein Bein ins Gewand. So. Vier Beine und drei. Was? Nein, da drüben. Ich habe gedacht, der setzt das jetzt da ein, ey. Also ihr kriegt da einen Schlaf von mir. Und dann einmal eine Sanduhr mit einem Bein dran. Okay. Und der Rest den, den Orte wie jetzt hübsch dekorativ wie wieder an. Ja, die schlafen. Die lassen wir auch mal schlafen. Die haben eine Erholung sich verdient, wenn sie überall gefangen sind. Ich dachte, ich wäre ganz allein meine Baumfreude. Und da können wir uns eine ganze Menge anschauen. Meine Baufreude? Ich dachte, ich dachte, es steht Baumfreude. Was soll denn ein Baufreude sein? Bekamen Angst, als der Himmel herunterfiel. Fast sind sie von den Spinnen erwischt worden. Das konnte ich gerade noch so lesen, bis der Text weg war. Oh, da gibt es ja so viel zu lesen. Die hat ja auch nicht was zu erzählen. Wir haben versucht, alles Roboterzeug einzuzäunen, um die Roboter von uns zu halten. Aber es gab ein paar Probleme mit Roboterzeug. Na, ich wollte gerne Roboterzeug lesen. Sie haben ein riesiges Werkzeug, das nicht durch blanken Fels riss. Oh, ich erinnere mich. Da gab es wirklich so einen Teil, mit dem wir Felsen zerstören können. Die Brummeln brachten uns dazu, unser Werkzeug fallen zu lassen. Ihr erinnert euch? Diese komischen Beaten ins Seitendevel. Die eingestochen und wir haben dann was verloren im Inventar. Oh mein Gott. Ich habe hier eine Weste, die dir Schutz vor dem Brummeln verleiht. Möchtest du sie haben auf jeden Fall. Uh! Stylish. Sichere deine Habsinnigkeit mit diesem Inventarschutz. Ähm. 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 Ich hätte gerne noch die anderen Dialogsachen angeschaut. Das tut mir jetzt leid. Aber offensichtlich hat er keine Lust uns die anderen Dinge zu erklären, wenn wir uns einmal die Weste genommen haben. Das wusste ich nicht. Er hat ja noch was gesagt von Spinnen und so. Das hätte ich mir gerne angeschaut. Ich könnte natürlich auch die Mission neu starten und mir das alles angucken. Aber... Ne. Dann müsste ich das ganze Fluss... Also müsste ich das Fluss wieder zu machen und... Ne. Was heißt Fluss? Einfach so ein Tümpel. Tümpelchen. Ja. Ich lebe gefährlich. Ich laufe gerade mitten auf dem Spinnnitz rum. Ich weiß. Aber ich will mich hier auch ordentlich umsehen. Hier gibt es bestimmt eine Menge zu finden. Zum Beispiel, was ist denn das für eine Insel hier? Gar nichts. Oh mein Gott, ey. Das ist so riesig. Ich bin gespannt, was wir hier alles entdecken werden. Das wird doch das letzte Level sein, was ich heute spiele. Dann habe ich dir genug aufgenommen für heute hier.